Willkommen zurück zu Far Cry Primal. Wir werden uns jetzt eine Keule herstellen, damit wir Feuer tragen können. Wir brauchen dafür drei Alderholz. Okay. Folge den Vinja-Spuren. Alles klar. Hier wäre zur Not auch nochmal Alderholz gewesen, wenn wir nicht genug dabei gehabt hätten. Aber wir haben ja vorher schon ein bisschen fleißig gesammelt. Jetzt können wir das hier auch niederbrennen. Drücke und halte R2. Okay. Habe ich mich gerade selbst? Nein, ich brauche gar nicht. Bist du eine Ziege oder was bist du? Oder bist du der Tiger? Ein Bär? Ich erkenne es nicht. Ich habe meine Brille nicht auf. Säbelzahntiger war es, glaube ich. Großartig. Wollte schon mal in der Nacht mit uns kuscheln kommen. Besonderlich beruhigend ist das nicht. Da geht's weiter. Ich sag euch, ne. Wenn der mich irgendwo aus dem Hinterhalt angreift, ne, dann sind wir aber geschiedene Leute. Was haben wir hier? Ach, genau. Daran kann man runterklettern. Runtersliden. Wie auch immer. Hier können wir uns ein bisschen schiefer mitnehmen. Besser ist es. Man weiß ja nie. Da ist ein Blutfleck. Ich weiß nicht so ganz, ob mir das gefallen will. Eher nicht. Okay, ich nehme das einfach mal mit. Oh, was ist da? Auf den ersten Blick habe ich jetzt gedacht, das ist ein toter Wolf. Ich glaube, das ist auch einer. Oh nein, Kumpel. Okay. Das ist tendenziell gut, oder? Na super. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt unbedingt auf Wölfe stoßen möchte. Vor allem, das ist ganz schön gefährlich, was ihr hier draußen macht. Aber haben wir eine Wahl? Da ist der Erste. Supergeil. Naja, das Hinhocken bringt es jetzt auch nicht wirklich. Ich glaube, er sieht das Feuer. Aber hey, man kann es ja mal probieren. Vielleicht trauert er auch um seinen toten Freund. Kumpel, ich will ja nichts tun. Du darfst mich meinetwegen auch begleiten. Dann sind wir schon zwei. Der mit dem Wolf tanzt und so. Übrigens, genialer Film. Ich gehe mal hier rüber. Okay. Nee, du willst nicht zu mir. Du willst nicht zu mir. Nein, 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 nein. Geh weg. Ist das dein Ernst? Entzünder Waffen im Waffendraht, in dem du L1 gedrückt hältst und Quadrat drückst. Dafür brauchst du Tierfett. Ja, das habe ich auch schon gesehen, dieses Waffenrad. Okay, also es ist auch... Ach, ist nicht wahr. Das ist ja der Nächste von euch. Hi, Kumpel. Ich müsste da vorbei. Das wäre ziemlich cool. Was haben wir hier eigentlich? Oh Gott, es sind nur zwei. Ist das eine gute Idee, das jetzt zu suchen? Warum nicht? Was habe ich bekommen? Knochen, Tierfett, Tierfett. Tasche voll. Du kannst dich sehen. Wollen wir ernst? Hast du noch was drin? Ich glaube nicht. Tasche voll. Jetzt schon. Hallo, meine Freunde. Ja, tschüss. Oh Gott. Das lief ja großartig. Was? Von wo? Oh Gott. Oh Gott. Ich habe... Oh, ich... Okay, ich habe das Gras auch angezündet. Das muss mir doch einer sagen. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich zünde mich schon wieder selbst an. Großartig. Oh Gott, ich muss so hoch. Okay. Geh weg. Das nennt mich gerade so an König der Löwen. Auf dem Elefantenfriedhof, als die Yen eingejagt haben und dann so in die Enge getrieben haben. Das erinnert mich genau daran. Aber okay, man muss auf jeden Fall wissen... Es ist logisch, dass man das Gras in Brand setzt, aber... Halleluja. Okay, ich bin richtig. Meine Taschen sind schon voll ernsthaft. Was ist denn jetzt schon wieder? Vor allem habe ich irgendwo eine Haltbarkeit von der Fackel? Nee, ne? Du kannst brennbares Material mit jeder brennenden Waffe entzünden. Habe ich sie jetzt trotzdem aufgenommen? I don't know. Also sprich, das kann ich entzünden? Tatsächlich. Das ist eigentlich ziemlich cool. So kann man sich dann auch wirklich gut Licht machen, notfalls. Das sind noch mehr Blutspuren. Was haben wir da? Ah, ein Feuer. Okay, kann ich das auch anzünden? Okay, wahrscheinlich, weil das Gegenstand vom Spiel ist. Ah, jetzt sehe ich auch mit mit der Fackel, weil die ja jetzt schon ziemlich weit fortgeschritten ist mit dem Brennen. Okay, ich verstehe. Muss ich da runter? Ich befürchte es fast. Frag mich, ob darunter irgendwie mal was ist. Ach, ja. Großartig. Kann ich die eigentlich auch wieder wegstecken? Feuer löschen. Perfekt. Steck ich das eigentlich weg? Keine Ahnung. Aber ich würde sagen, ich muss da runter, oder? Verstehe ich das richtig? Wehe, das sind jetzt irgendwie Piranhas oder Krokodile oder so ein Schmarrn. So zu trauen wärst du im Spiel. Okay. Alles klar, warte geht's. Ah, da ist wieder sowas zum Durchsuchen. Ja, mein Beutel ist ja voll. Hab ich hier eine Beuteltasche? Ähm, Nahrung. Eigentlich ist ja alles ziemlich wichtig, ne? Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Das so schnell instant meine Tasche voll ist. Unglaublich. Ich mach das trotzdem mal durchsuchen. Ach, Tasche für diesen Gegenstand bereits voll. Alles klar, so sprich, ich kann nur von jeder Sache ähm eine bestimmte Anzahl tragen. Und wenn die da schon sagen, ich soll meine Dingens entzünden, dann mach ich das lieber mal. Nochmal Blut. Das ist ein größeres Lagerfeuer. Das entzünden wir mal. Ich hab mich schon fast gerade von ihm sind sicher die Blutspuren. Tierfett. Sehr gut. Schiefer? Oh, geil. Bin ich richtig? Huh. Nein, ich glaube nicht, dass ich hier richtig bin. Kann ich da hoch? Ja, okay. So, hier würde meine Fackel sowieso ausgehen. Schafft er das von alleine? Macht er das? Okay, muss... Ne? Dingsen. Okay, das könnte ich anzünden. Da ist eine Ratte. Zünden wir das mal lieber, unsere Fackel. Und das auch. Wie ducke ich mich? Ach ja. Das kleine Armeln ist schon wieder vergessen. Hey, Sweetie. Willst du mir eine Gesellschaft leisten? Du bist auf jeden Fall besser als der Säbelzahntiger. Checkpoint. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich bin mir da nicht so sicher. Okay, da geht's weiter. Hier noch irgendwas? Hm, zweiter Weg. Das glaube ich... Na, scheint einer leid zu sein. Wieso habe ich jetzt meinen Pfeil angesteckt? Okay. Das war eigentlich nicht meine Intention, aber... Oh Gott. Na toll. Gerade entzünde ich meinen Pfeil, ne? Haben wir eigentlich eine Luftanzeige? Wenn ja, dann habe ich sie noch nicht gesehen. Oh Gott. Oh Gott. Das war doch unser Freund, oder? Kann ich... Ah, so kann ich irgendwann... Was heißt irgendwann? Aber so kann ich tauchen. Kumpel! Oh mein Gott. Und der Säbelzahntiger. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was... Was zum... Will ich das wissen? Yummy. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Achtung! Oh, Sakwa, Haim. Oh, Wyncha. Na, or, rospi? Das war's für heute. Ich bin der Kau. Ah, das ist der Kau. Gwama. Gwama. Oh. Oh, da. Qu'ha l'aliyah, Winja? Winja. Qu'ha l'aliyah, Winja? Qu'ha l'aliyah, Winja? Qu'ha l'aliyah, Winja? Sakuji. Walta lauba akista. Miji barra. Walta lauba, Winja? Walta lauba, Winja? Hatigi walniyaka. Schrauman happy. Walta laiba, Winja? Beim Fluss. Okay. Neuer Upgrades freigeschaltet. Gut, ich würde sagen, wir machen das beim nächsten Mal. Das wird, denke ich, der letzte Part sein. Dann haben wir uns eine Stunde. Mehr oder weniger, plus minus. Far Cry Pro einmal angeschaut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dann. Eine Stunde. Sjöne. Sjöne. Dann. Dann. Vielen Dank.